Servus liebe Leute und ihr seht es unten, wir können die Super Magie Truhe Super Magical Chest jetzt öffnen. Sollen wir es wagen oder warten wir bis zum nächsten Part? Natürlich, warten wir bis zum nächsten Part. Ich bin so glückgeil, hab natürlich jetzt reingeschrieben, Super Magie Truhe, gratis Super Magie Truhe eröffnen oder kostenlos Super Magie Truhe öffnen und jetzt machen wir sie nicht auf, sondern gehen erstmal in den Fight rein. Kleiner Witz, natürlich öffnen wir sie, ich will jetzt nur ein bisschen Zeit schinden, damit das Video nicht zu kurz wird. Nein, kleiner Witz, ich wollte euch nur kurz verarschen und Dio jetzt abgeschaltet haben, Pech, haut halt rein, ciao. Und die, die jetzt noch dran sind, die können sich jetzt die Super Magical Chest gönnen. Schauen wir mal rein. 3176 Gold. Ja, ist okay. Acht, drei Musketierinnen. 106 Bomber. Drei Drachenbabys. Das waren 95 Skelette, läuft. Sieben Prinzen. Sieben Froschzauber. Und da müssen leider noch seltene kommen. Scheiße. Und 96 Valkyren. Ist in Ordnung, weil Valkyren brauche ich nämlich für mein Deck. Die können wir dann auf sieben hauen. Alter, wie viel wir jetzt upgraden können. Prinz können wir hoch machen. Alter, die Super Magie Truhe hat sich schon gelohnt, würde ich sagen, oder? Wollt ihr eine Upgrade-Folge sehen, um wie ein paar andere YouTuber zu sein? Nein, ich grade's jetzt ab, das was ich brauche. Und zwar die Valkyre hier, eiskalt. 4.000 haben wir. Die Valkyre auf sieben. Valkyre auf sieben. Da dürfte jetzt schon einiges gehen. Hier, Prinz könnten wir upgraden. Eine Stufe sogar nur. Freeze könnten wir eine Stufe hoch machen. Und was haben wir denn noch gekriegt? Drachenbaby leider nicht. Da fehlt uns noch ein bisschen. Aber langsam sollte es eigentlich echt laufen. Da wir die ganzen Karten jetzt alle epische Fassstoff 3 hennen. Aus Skelettarmee und sowas in die Richtung. Aber das wird alles noch werden, denke ich. Und wenn's euch gefallen hat, lasst mir immer ein Like da. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Natürlich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und warte noch, das hätte 35 Euro gekostet, wenn's nicht kraschig gewesen wär. Shit. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bine, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye. Sanfte, diri. Vielen Dank.